Das ist aber so ein therapeutischer Witz. Okay. Helmut, was hast du da auf unserer Witze-Wunschliste? Ich habe hier einen, ich glaube, das ist schon die Pointe an sich. Zwei Frauen gehen saufen. Ne, oh, da wird protestiert. Bitte, gibt es dafür eine bessere, schönere Hinleitung? Ja, sorry. Ein bisschen Mann-Frau, ein bisschen grenzwertig. Zwei Frauen gehen saufen. Wo geht er los? War eine Mail, die ich bekomme, muss ich ehrlich weiter sagen. Irgendwann geht der Abend zu Ende, wie das so ist, auf dem Nachhauseweg. Frauen müssen mal. Erste Problem, kein Klo am Wegesrand. Okay, Friedhof, kein Thema. Hocken sich beide hin. Nächste Problem, kein Klopapier. Okay, die erste nimmt ihr Höschen, zack, erledigt, weg. Die nächste, Höschen, ein bisschen schade, nimmt die nächste Kranzschweife. Okay, zack, erledigt. Nach Hause? Nächsten Tag treffen sich die beiden Männer. Sagt der Einer zu dem Mann, du, das geht so nicht weiter. Kommt doch meine gestern besoffen und ohne Höschen nach Hause. Sagt der Ander, du, halt mal den Ball flach. Meine kommt nach Hause und hat eine Schleife im Hintern. Wir vergessen dich nie, deine Freunde von der Feuerwehr. Wir vergessen dich nie, deine Freunde von der Feuerwehr. Alles Gute. Okay. Okay. Okay.